Das ist schön, wenn wir vom Trainerstaff etwas fordern. Die Mannschaft will sofort das umsetzen und das ist genau die Zusammenarbeit, die es sein muss. Wir fordern etwas und sie haben diese Bereitschaft, diese Wille, sofort diese Sache einzusetzen und so können wir uns wirklich sehr gut entwickeln. Zielsetzung ist die erste Arbeit, die wir in der Trainingslage im November in La Manga gemacht haben, weiter zu machen. Wir wollen an unseren Spielprinzipien defensiv und offensiv zu arbeiten, gegen zwei stärke Gegner, wie Kroatien und Italien, auf einer Kunststraße, wo wir im November gegen Frankreich spielen werden. Das ist eine gute Probe vor allem, weil wir gegen zwei starke Gegner die Spielkontrolle haben wollen. Wir wollen uns messen und zeigen, dass wir vorwärts machen wollen. Die Mentalität, dass die Mannschaft bereit ist, unsere Spielprinzipien umzusetzen, mit der richtigen Mentalität, ist stellig. Das heisst, alles zu machen, um unsere Attitude auf den Platz zu bringen und das nicht als einzelne Spieler, sondern als Mannschaft. Long line, long line, long line. Long line, genau.